In diesem Beispiel zeigen wir Ihnen, wie Sie den Fahrmodus Perso über das Multisense-Menü personalisieren können. In diesem Modus können Sie alle Parameter individuell wählen. Drücken Sie auf den Modus Perso. Nach Klick auf das Kontextmenü können Sie nun Ihre Einstellungen vornehmen. Wichtig! Auf dieser Seite sind Konfigurationen möglich, die Sie über die Startfläche nicht erreichen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017